Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Special-Folge. Und zwar zu einer Silvester-Folge, weil heute ja der 31.12.2016 ist. Der letzte Tag im Jahre 2016 und heute ist auch die letzte Folge im Jahre 2016. Wie es so ein Silvester ist, wünscht man einer anderen Person, einer Person aus der Familie, einem Freund oder wie auch immer, etwas fürs neue Jahr. Und ja, ich wünsche euch jetzt natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, damit ihr auch viel Glück am Anfang und auch im ganzen Jahr 2016 habt. Damit ihr auch an allen Sachen, welche ihr macht, Sport, Schule, Arbeit, was auch immer, damit ihr da sehr viel Spaß habt. Damit ihr eure Ziele, eure Träume erreicht oder erfüllt. Damit ihr auch sehr viel Spaß an Videos, an meinen Videos habt. Denn diese sind ja natürlich zur Unterhaltung da. Es werden auch sehr viele Videos im Jahre 2016 kommen. Ja, natürlich könnte ich jetzt auch noch einen kleinen Rückblick machen vom Jahre 2016. In dem Jahr, wo ich mit YouTube angefangen habe, meine ersten Abonnenten bekommen habe, meine ersten Likes, Comments, Intro, die ersten Videos, Bad Wars, Zweifel Games. Auch fürs Minecraft-Projekt, was natürlich auch weiter auf meinem Kanal kommen wird. Und ja, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, habe ich ein bisschen was aufgebaut. Ich habe aus Glowstone, ja, die Zahl 2017 geschrieben. Das neue Jahr, habe ein paar Raketen gecraftet. Diese in Dispenser reingetan. Und die fliegen jetzt in die Luft, explodieren. Was natürlich auch nicht an Silvester fehlen darf. Das sind natürlich Raketen, welche ihr hier sehen könnt. Und ja, ich würde dann mal sagen, genießt die Raketen. Ich werde jetzt noch ein paar Minuten das laufen lassen. Genießt es. Verbringt natürlich jetzt das neue Jahr mit eurer Familie, mit euren Freunden. Lasst ein paar Böller knallen. Und ja, das war es von meiner Seite aus. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt natürlich was in die Kommentare. Und ja, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.